So, probieren wir es noch einmal. Ich hol mir erst das Fahrrad wieder. Und dann... Vielleicht ist es ja das gemeint. Ja, das war gemeint. Ich war ein bisschen blöd. Wir sind in der Kanalisation. Wir sind in der Kanalisation. Was auch immer du bist, siehst ein bisschen gruselig aus. Und du genauso. Ein Waschbecken. Können wir uns da ran die... Nein, können wir nicht. Moment, ich bin falsch. Da. Der Kanalisationsgeist. Damit... ... kann ich folgendes machen. Ich bin gesichtslos. Ich möchte aber mein Fahrrad wieder haben. Kann ich hier was machen? Kommt da Nessi raus? Was ist, wenn ich weitergehen könnte? Also, was ich schon vorhin gesagt hatte. Ich dachte, das sei wenigstens ein Horrorspiel. Aber was ich jetzt entdeckt habe, ist das überhaupt nicht... Ein Ungesicht. Hallo, du Ungesicht. Gruselig, wollte ich sagen. Also, bisher habe ich mich noch nicht so erschrocken. Ich kann deinen Kopf drehen. Dann werde ich mal jetzt zurückgehen. Ah! So. Wie viele Fähigkeiten habe ich denn jetzt eigentlich schon? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die Hälfte. Probier ich mein Glück hier mal. In der Schneelandschaft. Ich bin jetzt durch die siebte oder durch die achte Tür gegangen. Hallo, kann ich mit dir reden? Nö. Ich schnapp mir mal eben wieder das Pfarrer. Eine Ansammlung von Iglus. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Vermehrten die sich? Nein. Hm. Hallo? Hallo? Kann ich mit dir reden? Eskimo, Mädel. Hallo? Ich würde gerne mit dir reden. Ich komm gleich wieder. Da ist niemand. Da ist auch niemand. Hallo? Nein. Halt der Taste. Ich bin eine Lampe. Wie kann mein Kopf sich drehen lassen? Wie cool. Darf ich eh was schön spielen? Nein? Ich weiß nicht was ich tun soll. Madozuki heiße ich. Das wollte ich noch gesagt haben. Dann wache ich mal wieder auf. Was könnte ich denn noch machen? Ich brauche noch so viele Fähigkeiten. Was mache ich denn noch? Ich brauche noch so viele Fähigkeiten. Das ist doch der Achte Raum. Probieren wir es nochmal. Wir nehmen das Fahrrad. Fahren dann. Südwestlich. Östlich. Wie süß. Madozuki kann aber auch nichts machen mit ihr. Was will denn weiterfahren? Ah. Wir hätten weiter gemusst. Schneefrau. Auch im japanischen. Yuki Onna. Was können wir da machen? Ah. Wie süß. Aber ich kann nichts machen. Schade. Dann haben wir die Yuki Onna jetzt auch. So. Aber wir haben noch Zeit zum Aufnehmen. Dann probieren wir dieses Land auch noch einmal. Man sieht nichts. Wo ist denn die Lampe? Nachdem. So. 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 Stockfinster ist es. Wie soll ich denn hier was finden? Ah, eine Lampe. Oh, ich habe es direkt gefunden. Obwohl ich einen ganz anderen Weg gegangen bin, als es mir beschrieben wurde. Merkwürdig. Aber, naja, ich habe es gefunden. Damit haben wir das auch erledigt. Das Messer. Dann zappen wir uns mal zurück. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Wo sind wir denn jetzt? Sieben, acht, neun. Da sind wir jetzt bei zehn. Schon wieder so dunkel. Was ist das? Erste Lampe? Oh, der Mond. Zweite Lampe? Dann heißt es rechts. Was ist das? Was ist das? Ist das hier im Kopf geschrieben, oder nicht? Was ist das? Was ist das? Wir fahren durch den Wald? Wir fahren durch den Wald mit dem Fahrrad. Was ist das? Ah. Ah. Moment mal. Gut, dass jetzt kein Auto oder dergleichen kommt, dann wäre ich ein bisschen platt. Wer bist du denn? Hehehe. Okay. Mit ihm, ich sehe gerade, wir müssen die Folge beenden. Mit ihm beenden wir dann die Folge. Das hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Wir finden dann raus, was hier ist. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.